Das war eine solche Freude. Da erinnere ich mich an jeden Moment, an jeden, der da mit am Tisch saß, unsere polnischen Co-Produzenten und so weiter. Keiner konnte das fassen. Mensch, wir haben das tatsächlich geschafft. Wie lange kennen Sie denn schon? Ja, wir haben uns kennengelernt, glaube ich, anlässlich der Poloni und der Katharina Blum. Mein Vater hat aufgemacht, die hohen Mütze für die Überkehr, die er hat sich nie eingehen lassen. Und da muss ich jedes Mal mit dir. Dann haben wir das Ding, die D разных Zeit aus. Vielen Dank.